Mit Vollgas in den September. Der hat einen Knall. Große Träume. Wir haben es geschafft. Geheime Missionen. Ihr zwei seid Spione. Sie werden verfolgt. Und die TV-Premiere Fünf Freunde Drei. Das ist ein Frick. Da müssen wir runter. Momente, die uns für immer verbinden. Ich liebe Dick. Das ist jetzt aber echt lustig. Die Highlights im September auf Disney Cinemagic. Die Highlights im September auf Disney Cinemagic.